Hallo, willkommen zurück im Osmocote Greenlab. Heute werfen wir einen Blick darauf, wie sich Osmocote 5 auf die Vitalität und Stresstoleranz der Pflanzen auswirkt. Wir haben die Stresstoleranz der Pflanzen getestet, um zu ermitteln, wie gut diese mit extremen Witterungsbedingungen und Krankheitsdruck umgehen können. Dadurch unterscheidet sich unserer Meinung nach ein hervorragender Dünger von einem guten Dünger. Wir haben intensiv an der weiteren Verbesserung der konstant gleichmäßigen Nährstofffreisetzung gearbeitet, da diese für die Vitalität und Stresstoleranz der Pflanze von zentraler Bedeutung sind. Mit der NutriMatch Release-Technologie und dem OTEA-System haben wir die ultimativen Lösungen zur Perfektionierung der Nährstoffverfügbarkeit über den gesamten Wachstumszyklus ihrer Pflanzen entwickelt. Und dies ist nur einer der Vorteile von Osmocote 5. Kleines Korn, große Wirkung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017